mein heutiges outfit habe ich einfach ein bisschen knalliger gestaltet mit den mega geilen pulli mit der farbe ich weiß gar nicht mehr welche farbe das genau ist aber es ist für mich so geht ins lila dann könnt ihr es auch ganz gut sehen dass ich mir die augen so geschminkt habe nach dem motto gehe niemals ohne glitzer aus dem haus und glitzer lidschatten von der firma ich hoffe ich glänze nicht so sehr von der firma bh cosmetic aurora aurora lights ihr seht glitzer bling bling da habe ich den tun hier genommen das ganze lied unten damit geschminkt und dann mit schwarz verblendet ja das kann man ganz gut sehen genau mit schwarz verblendet so dass es ein bisschen gebrochener ist nicht so knallig und ja ganz dünnen eyeliner dazu die lippen ein bisschen angepasst nicht zu knallig es soll ja immer noch tages make up tauglich sein oder tagestauglich sein ich bin gleich unterwegs mussten fußgasse gehen muss ein paar sachen erledigen zu post faxen blablabla und weil das wetter heute einigermaßen warm sein soll 15 grad glaube ich in düsseldorf ohne regen habe ich einfach mal lust auf was knalliges gehabt und dazu ich denke mal die nägel passen jetzt nicht so super toll dazu sie sind ein bisschen mehr ins neon aber ist egal habe ich meine stiefel einfach über so eine schwarze denim jeans kombiniert das ist ungefähr der gleiche ton und es sieht eigentlich total cool aus habe ich ein bisschen aufgelockert mit der lederjacke dicken pulli drunter noch zusätzlich weil wir wissen ja wie das wetter in deutschland ist die haben auch noch ein bisschen regen angesagt nichtsdestotrotz will ich ja nicht grau in grau und schwarz und zu düster mich kleiden sondern ein bisschen farbe bisschen leben bisschen fröhlichkeit in mein alltag bringen die haare lasse ich offen und ja mein glitzer anteil noch noch auf den auge ich sag ja geh niemals ohne glitzer aus dem haus und sei es nur auf dem auge so ich sag ja immer wieder ich hoffe ich kann inspirieren ich wiederhole mich immer ist scheißegal ich weiß das ist mein heutiges outfit auf der day die lederjacke bikerjacke die ist ural die habe ich bestimmt seit zehn jahren aber das ist so ein klassiker jeder sollte so eine coole bikerjacke in schrunk haben bis dann ladies viel spaß beim nachstylen ich muss jetzt los wie immer capsale bikerjacke schweb so ist so Vielen Dank.